hallo herzlich willkommen zurück zur Hexel jäh zusammen mit Luigi wieder jähl also wie und zwar in den Taubertil ich was wir schon keine Ahnung wie lang vorhaben ja und erst mal untergehen erst mal untergehen im Minimau alle zwei wenn ich nach unten zwei bis in den Fall schadenklick oder die heißen Schleimbootschen das ist ein Wort für die Korinther Schleimbootschen ich denke ich denke ich habe ich ich sehe ihn ich habe es nicht mehr Schleimboot also das ist ein kleinerer Schleimbootschen auch gut auch der ich bin mit einem Haus es ist doch auch weiter das ist eine Vorrechte bei mir sollte daran legen ich bin ich nicht und die Textur Park und ich bin nicht mehr Alter es gibt im Falle vielleicht hat es die Monster recht er hat seitens er doch größer machen heute mal her aber naja oder mit ihm jetzt überhaupt ja ich würde sagen wir laufen soll dass ich ein bisschen verschnupft klinge ich in leider krank kommen die zum Bunker und auch hin und Zaubertisch auch ich will jetzt endlich verzaubern wir machen weiß gar nicht was war es ist der das Bremsen noch so schnell wie der hier es hat mehr vom die Vorhörerung zu bilden es kann nicht es ist auch der Punkt ist es im Bunker Entschuldigung ja ich weiß es ist es ist verwirrend ich bin da auch einfach nur verwirrt übrigens höre ich mich bei dir in Skype bei dir in Skype doppelt ich höre mich selber bei dir nein das kann nicht sein das darf nicht sein das ist da falsch keine Ahnung auf jeden Fall höre ich mich jetzt immer nö ich glaube noch einfach mal hier die Hälfte ich kann auch noch ein Mikrofon und so toll ist es auch nicht hält nö in der Hütte nimmer ich bin schon fast dauernd gefunden wo bleibst du Lukas alter er ist ja mal mega buggy der Server gerade alter einfach mal fröhlich legen ja muss ich halt dann nachschauen wie traurig fackt sich da ja wieder ab äh ja genau so kann nicht also bei mir lecks hat sie jetzt gerade nicht gelegt habe ich gleich den Cobblestone eingesammelt von dir so kann ich das nicht spielen wie das gerade leckten kannst du gibt dir mal bei mir drops die teile nicht das immer übel ich lässt sammle ich ein du Lappen und disconnect und ich sammle es ein geiler mein internet ist weg oder was ich höre dich aber noch kraft ach man jetzt siehst du noch mein neues geiles schwert nicht sieht so wunderhübsch aus es ist wunderhübsch oh nein ich hab nahe ein Lukas hörst du mich noch ja ich höre dich noch Lukas jaha irgendwann spinn beim internet gab wieder nach ein kein wahr sein ich mach einfach mal zaubertisch bei mir legt es jetzt nur sehr schwach und jetzt ist er weg jetzt muss ich schauen dass der Uli hier dann vielleicht wieder reinkommt eventuell ich muss erstmal hier ein bisschen was in den Rucksack packen irgendwelchen shit und hoffen dass der Uli wieder kommt sonst haben wir ein Problem weil dann muss ich hier Aufnahme kurz beenden und dann nächstes Versuch starten ich kann ja mal wenigstens den Zaubertisch hier ausräumen Lukas verstehst du mich? ah ja der Kackspass ist wieder da Juhu ja ich hab dich die ganze Zeit gehört bis dann die Skype-Konfi abgefuckt ist und das hat sie übrigens gedroppt das habe nur ich eingesammelt Herr Uli jetzt gehts wieder Juhu ich crafte schon mal die Bücher was machst du da? ach der Junge ey der macht der macht mich Stress das ist nicht gut für meinen Blutdruck so Uli jetzt zeig ich dir mal mein Schwert guck das hier in meiner Hand ist mein Schwert äh was ist denn das? ein Zombie-Fuß das ist ein ein Patchwork-Science-Wort das ist auch ein schönes Listeck das finde ich auch mega Hammer Krampf halt los öffnen die Krampf halt Rucksack ich brauche nicht mehr Bücher ich brauche nicht mehr Bücher ich mache wie sie sich solche 6 Bücherregale machen ja ne 15 Reichen doch 15 da habe ich nicht gerade genug Holz ich habe nämlich gar nicht genug Holz zum Bücherregale reichen schon immer damit kann man hundertprozentig verzaubern auf Level 70 bis zur höchsten Stufe geht es dann normalerweise oh dann habe ich nicht genug Holz das ist scheiße Herr Lukas brauchen wir Gold ich habe auch 28 Gold ich habe gerade etwas gefunden ich werde ihn irgendwann typen aber jetzt gehe ich erstmal Holz ab jaja for a while solange der Server läuft solange der Server läuft müssen wir einen Lack erwarten äh ich habe mich hier gerade jetzt richtig abgefuckt wieso mein Internet schon wieder drauf geht aber als gibt es doch nicht das sind dann jedes Mal abbricht zuerst mal wieder Holz sammeln was geht bei mir hier die Baumwolle ernten oder es versuchen äh wo ist das eigentlich zu dem Teil Alter mein Urz ist es so muss Holz sammeln ich muss jetzt mehr von dem Monat einstellen nein ach du bist doch ein Pfosten jetzt muss ich gleich nochmal so jetzt hätte ich gerne mein Holz fuck like ja wir müssen definitiv noch mehr Raum einstellen weil das läuft nicht das läuft einfach nicht läuft so nicht ja also ähm du musst übrigens einen Zaubertisch bauen weil ich nicht genug Diamant also nicht auf Lenk abbrechen Junge du kotzt mich an das habe ich nicht gesagt nein so dann Bücher 15 meint er 15 meint er 15 meint er ok dann mache ich 15 Bücher hier hier 6 und hier 4 und hier 5 so da kann es ein Zaubertischen stellen 5 3 4 8 5 n 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 k n 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 Äh, äh, nicht ernsthaft jetzt. Alter, was läuft da falsch? Ich meine, es ist ja nicht so, als würden wir aufnehmen oder so. Junge. Manchmal denke ich mir schon, klopst du den Tamm. Kürzlich geschlagen. So, die Diamanten. Jetzt wollen wir der Uli halt dann Diamanten geben. Alter, der looted ja fast alles. War da auch noch so frech zu behaupten, ich würde looten. Also, ich würde alles looten. Habe ich ihn aber angeschissen. Was wollte ich denn jetzt verzaubern? Achja, gib mir Diamanten. Junge. Ich weiß nicht. Aber eigentlich müsste er da doch... Es gibt noch da sein und es ist einfach unnötig jetzt. Manuel könnte sich genauso geschlagen. Warte ich das erste Mal. Oh, das ist ja voll schlecht. Voll schlecht ist Schwert. Dann mache ich mir halt einen Ofen und brutzle mir was Feines. Ich habe nämlich irgendwo noch eine Menge Fleisch. So. Jetzt muss ich auch meine Rucksäcke durchsuchen, ob ich das Fleisch... Ah, da ist es ja. Ist dann noch irgendwo Fleisch, das man braten müsste. Ähm... Null. Aber Äpfel. Also, hier... Zwei Kohle und ein bisschen Beef. Beef Junge. Und die ganze Sätzlinge verschiehe ich... So, wo habe ich denn jetzt die ganzen Bücher? Dann tue ich die nämlich auch gefälligst wieder rein. So, räume wir gleich mal ein bisschen auf. Hallo, ich bin wieder da. Der Manuel hat sich geschlagen und du gibst mir jetzt zwei Diamanten. Was willst du mit zwei Dias jetzt? Ja, ich brauche... Ich habe zwei für den Zaubertisch verbraucht und sonst kann ich mir kein Scheinsword craften. Bitte! Wieso wirstest du dir jetzt Scheinsword craften? Ich hatte meine Schwester kürzlich geschlagen. Weil ich noch... noch mit Steinschwertern kämpfe. Spaten. Ja. Ich habe es eh leider gekämpft. Ich kann sie mir auch holen. Hä, also hier... Ah, hier kann es ja gar nicht rein. Alter, jetzt bin ich mir in mein Kommentar zugeschissen. Ah, da muss ich erst meine Sachen wieder ausziehen. Alter! Also irgendwas muss ich da mal kurz reinpacken, damit es weg ist. Ich könnte das für so einen Schleimball essen. Aber der ist halt nicht so lecker. Ne? So, also. Jetzt kriegst du mal deine zwei Dias. Mhm. Äh... Ach komm, ich will die hier rauspacken. Ja. Eins, zwei... Yay! Diamanten! Fuck, jetzt hast du meinen Rucksack. Jetzt darf ich meine Rüstung ausziehen, oder? Ja, schätze ich mal. Hier. Ist aber gleich deine gesamte Rüstung, oder? Fast! Bis auf die Stiefel. Hast du den? Ja. Okay. Ah, ich kann gleich mal noch den Emerald Seed weggewehr... Ach komm, jetzt hab ich doch wirklich. Hehehe, den wirst du nicht los, solange du die Rüstung an hast. Ah ja, nein. Diamant Giant Sword! Ah... Enchant! Du bist ein Arsch. Warum gibst du mir den? Unbreaking 3 und dann Sharpness. So hoch es geht. Hallo? Enchant! Schärfe 5 und Haltbarkeit 3. Unbreaking kann ich noch auf 2 raftun, das will ich jetzt aber gar nicht machen. Haha! Ich hab nämlich... Du kannst es mir geben, dann vertaubere ich es noch ein Level höher. Ate, ich könnte es so machen. So, kannst du dann... Ne, äh... Kannst du bitte auch noch die höchste Stufe, die Unbreaking noch... Die du mit dem Teil auch machen kannst, Unbreaking machen. Ich hab nur noch 5 Level, das geht nicht mehr höher, leider. Ich weiß, Anio. Ja, ich kann auch bloß eine Stufe eben noch. Ach so. Ja, dann hat's wenigstens Unbreaking 1. Ja, alles. Dann wär's... Das wär schwer. Ah. Blödes Schwert. Ich muss meine Rüstung schon wieder ausziehen. Das taugt mir ja gar nicht. Ich muss schon wieder einen neuen Rucksack drauf. Ich bin, glaub ich, vorhin mal auf die Erde gekommen. Weil scheinbar hab ich hier wieder mal jeden Kack in den Momentan. Aber ich hab jetzt Steak. Äh, Schrott. Wie lauter Schrott, Schrott. Alter, Erde. Erde. Ich hab echt Erde im Momentan. Weg damit. Ah, iiii, Erde. Äh, ja, du wolltest doch noch einen Tower Bus kloppen. Ja, wollte ich erst. Ja, schaut nicht so. Ähm, hast du übrigens den schwarzen Rucksack? Hast du einen schwarzen Rucksack? Dass der Junge nicht mit mir reden kann. Unglaublich. Müsste ich mich eigentlich voll drüber abfacken. So, dann hier noch ein bisschen unnötiges Zeug umwurschteln. Komm, scheiß auf das Kotten eigentlich. So, dann hier daraus Leder, daraus kann man irgendwie Fäden machen. Irgendwie so. So, als bin ich wieder da. Sorry, sorry. Irgendwann töt ich dich. Nicht. Doch. Ich hätte ein Diamond Shine Sword zu verschenken. Ja, kannst du dir geben. Nö, doch nicht. Was dir schon eins. Haha, ich kann's immer brauchen. Alter, ich brauche noch mal einen Rucksack, hab ich wieder festgestellt. Ich hab Leder. Hast du mal einen für mich? Nicht echt. Nö, nö. Warte. Nein, da muss ich meine Rucksack wieder ausziehen. Alter, du kotzt mich an, Junge. Ich pack jetzt erstmal hier ein bisschen Shit weg. Ich muss das echt los. Hier hast du ein Backpack und jetzt ist wieder Nacht. Cool, welcher ist jetzt der Backpack, auf dem nichts trocken steht? Den, der um nicht rumfliegt. Jetzt hast du ihn. Ja, wo ist der hin? Da oben. Oh, mein schönes Style-Aventscheid. So, oh, 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 oh. Das kann ich dir nämlich auch sagen. Genau. Fick dich. Es ist LOL. Danke, gut zu wissen. Ich wusste eigentlich, was der macht, aber ich wollte mal sagen. Ich wusste es auch und ich hab's dir auch gesagt, dass ich dir sagen könnte. Aber der Herr Uli ist ja zu spackig. Hast du dir jetzt schon Bogen gemacht, Lappen? Ja, ich hab schon den Bogen. Achso, ein Crystal-Bow würde ich mir noch mal bauen, oder? Ja. Mach mal. Kost zwei Diamanten und ein Eisen, glaub ich. Ja, das ist ja nicht teuer. Also ich tue mal jetzt in den Backpack noch mal ganz essen, was ich so rumliegen hab noch rein. Also Crystal-Bow, ja, hier. Und drei Fäden. Das ist der Crystal-Bow. Und die ganze Scheiß für uns, was die noch hab. Wenn du einen Bogen hast, dann gebe ich dir auch... Ach, das ist so ärgerlich. Das hast du ein gesammelt, oder? Ja, ich tue ein Geschenk für dich rein. Und nehm mir ein Bett raus. Okay, kommts mal an. Ärgerlich. Jetzt muss ich meine Rüstung hier ausziehen. Hier. Schauen wir mal, was das Teichere Schaden macht, ey. Ey, nimm mal dein Backpack hier. Ich steh hier nämlich so nackert rum. Ja, da fühlst du dich ganz nackt. Ja, ne, jetzt hab ich dein Backpack wieder. Ehehe. Ich bin evil. Das ist jetzt Ausrüstung. Wie hast du denn Ausrüstung genannt? Oh, Alter, was ist denn hier für ein Scheiß? Ach, ne, dann ist es der Falsche. Entschuldigung, ist es der Falsche. Den kann ich dir gleich wieder geben. Nein, jetzt hab ich die Kacke an. Alter, wir verbrauchen ja schon ewig viel Zeug. Welche Dinge? Ah. Ja. Ja. Sehr wichtig. Das ist nicht meine. Oh. Hahaha. Alter. Wo ist der Ausrüstungs? Ich bin mein Ausrüstungs- Den hab ich da. Hahaha. So geil. Und wir wollten den Taubos kloppen. Jaja, das wird bestimmt nur was. So, also komm jetzt endlich weiter hier. Ach so, ich wollte mir so n Ding, ich baue mir n Christelbau, oder? Ja. Ähm, da ist übrigens ein Köcher drin. In dem Rucksack. Den hab ich da für dich rein. Jetzt. Ja, weil ich so nett bin und du so eine Assi-Pratze. Wow, da sind gleich 93. Wie kann man den vollfüllen? Ähm, den du in die Hand nimmst und rechtsklick machst. Jetzt sind da 171 Sachen drin. Jetzt hab ich wieder Kabel. Ist doch gut. Komm jetzt, wir gehen. Bei Fuß. Nein, ich baue mir doch jetzt was. Oh, mich stresst immer an, bei wenig schaffen. Junge, was geht mit ihm? Der ist so, ich hab noch Steph eingegeben. Hoppala. Ich mach noch die nach alten. Schöne Zeit, Croft. Height, die Bögen übersprungen oder so, nein. Ach, Christel. Uli, tu mir gefallen und krepier in der Dimension. Ja, demnächst. Es kommt schon noch, wir müssen ja in Manuel noch nachmachen. Weil ich glaub da hinten ist... Wieso lässt sich der jetzt nicht reparieren? Haha. Wieso lässt sich ein normaler Bogen nicht reparieren? Keine Ahnung, weil es unnötig ist? Ja, ich... Da haben wir einen neuen Bogen auch noch aparten. Du.. Du musst die einfach nur ins Crafting-Fölç mit einem anderen Bogen legen und fertig repairiert. das hast du für probleme ich nenne die folge mit uli trödeln mit uli trödeln ist eine schöne folge eine sehr gute folge ist ah ja hier ist also ein pseudo eingang ja wenn der uli da oben noch länger braucht dann farm ich halt weil kohle mir auch egal am besten aha es ist heißen du blatter kack spaß so alle rucksäcke durchsuchen viel spaß kaputten bogen haben glaube ich nicht oder seine baum jetzt ist er keine baum jetzt hat er jetzt haben sie aber die letzte ziemlich verzogen ja finde ich wer auch also ich könnte es nicht sagen damit es so nötig ist ja nee aber wir haben wir machen ja auch gerade nichts was die zur in irgendeiner weise die ansprucht wo sind denn meine ganzen fäden hast du mal fäden ich hab' aber die sind nicht von dir ja aber ich habe ja noch einen Alter der Junge der hat Probleme ja das sind fäden ich finde wenigstens mein Zeug beziehungsweise ich brauch das Zeug nicht das in den Rucksäcken liegt ich habe drei rucksäcke in den Kraft in Rucksack super ich habe und dann habe ich dich auch noch mit Rucksäcken aus hier fünf sechs sieben Rucksäcke ein ja aber ich bin der Luther King wenn sie sich immer es macht mich aggressiv ja Oli kommt hat man schauen ob ich noch irgendwas auf den Crystal Book draufhauen kann Alter jetzt gehe ich meine Spitzhacke verzaubern jetzt kannst du mich mal am Arsch kratzen oh so schön jetzt hat er gleich noch Power 2 das Set ein Unbreaking oh da 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 hä ist der Tower kaputt gemacht worden nee das war schon so kaputt, oder? wo bist du? Herr Oli wo sind sie? schon weitergerannt zum Tower Alter ey wie ein kleines Kind schlimmer noch weil er Waffen hat wo bist du? das war mal nett der Tower den wir gelootet hatten oh der ist noch ganz viel schruchtig der Tag den haben den haben wir der Frau ist nicht ausgenommen hier ich habe keine Ahnung wo du bist ich habe immer noch keine Ahnung ich habe immer noch keine Ahnung grauen Sumpfgebiet sozusagen ist da ich bin mal nicht zurück sondern nach vorne ja das ist zwar zurück aber egal weil wir eh aus zurück so ziemlich ja wo bist du jetzt? im Tower drin welchen Tower? welcher Tower? das ist die Frage ich habe gerade noch deinen Namen gesehen ja lol das ist der im Schneebium der ist ja mitten im Schneebium warum? keine Ahnung ob ich in die richtige Richtung laufe ich laufe einfach mal hier ist auf jeden Fall ein kaputter Tower mit den ja in dem hock ich gerade drin echt? warum hast du die Spawner nicht kaputt? hä dann bist du in einem anderen kaputten Tower ja wahrscheinlich halt ich hasse kaputte Tower aber ich nehme trotzdem gleich mal aus hier hier ist nichts nützliches drin oder wertvolles oder irgendwas warum muss ich das lohnen würde essen lassen gleich mal hier ja ja genug ne sagt es mal die Kinder in Äthiopien ja das stimmt sind auch im Vergleich zu uns also solche Tower aha hier ist ein Tower dem fehlten Spawner weil er so buggy Ironhelm juhu ich zeige mir dein Helm ah ja die Kiste ausgeräumt aber die untere stehen lassen Spacken hä? ja irgendwie hat hier eine von den Tower ja ein hier in der Tower hatte zwei Kisten und eine davon war ausgeräumt und zwar die obere ok Aua jetzt bin ich untergefallen so sag mal deine Koordinaten ob sie wieder aufeinander kommen minus 800 ähm ähm 14 und 500 äh und 559 ja da muss hier ein Stück laufen das ist ja mal scheiße hier ich seh dich im Leck als weiße Gestalt ist der Tower schon fertig ausgeräumt? gleich schon na schade Alter die oberste chest leer ja das war gerne in meinem Haus so das kotzt voll an den haben wir noch einen ausgenommen der wär ja du bist oben oder also du bist fertig du bist fertig ich pack's nicht bis fertig ja wo bist'n du? ich bin ähm äh irgendwo ganz weit unten ja ich hab den durchgemacht ja dann komm runter man geht eigentlich mal meine Dinker hallo Hundi das ist ein Wolf das ist ein Wolf nein das ist mein Hund dann haben wir mal 10 Kohle mitgenommen und sonst nichts ja Kohle lohnt sich auch ok mein Schwert macht 12 Schaden läuft overkill achieve will get overkill läuft wo bist du? ich bin im ich bin unterhalb vom Tower und ich seh dich bin schon aus dem Tower wieder draußen stehen bleiben ja so ich muss mal an die Karte kurz gehen wieso? ich bin dafür dass wir diese Walker Festung nehmen die sieht so einfach aus da sind die anderen auch nicht dran krepiert oder so äh ja wir wollten noch den Tower Boss ja genau nein wir könnten ja mal in die Richtung Pyramide laufen ja genau ja genau also kommt ähm Lukas rennt mir bitte mal hinterher wo auch immer du bist ja ich rennt dir hier ich seh dich solange du in die richtige Richtung laufst äh ich hab mich wieder von viel Leben oh hab ich auch gekriegt Lukas wie viel im Level hast du? 7 da ist wieder 18 ja du hast ja auch schon wieder einen kompletten Tower gelootet halt jetzt luch der SKW an warte mal kurz du solltest sie ignorieren nur als muss ich hier bleiben in Berlin im Moment regeneriert er gerade ich könnte ja mal mein Schwert ausprobieren okay also meine Mama ist also meine Mama ist hingekommen also den wir mal gleich zu dem Tower da oben weil der sieht irgendwie nicht so kaputt aus äh wir haben nicht mehr so lange Zeit ein paar Minuten noch ja na na warte exakt zweieinhalb ja ok und du bist an einer Hexe mit Blume vorbeigeflogen gelaufen geht nicht sonst würden die ja die anderen finden ne und den Turm haben wir wahrscheinlich schon gelootet und da ist noch eine irgendwie sind die gar nicht so selten das finde ich scheiße das ist der Tower den wir schon gemacht haben ja ich weiß aber den Tower Boss haben wir noch nicht gekillt stimmt aber das müssen wir dann in der nächsten Folge machen ja und ich renne jetzt erstmal drauf und schau mal was zu läuft bei dem du rennst nicht so weit dass der Tower Boss kommt gell weil sonst bist du am Arsch hier in der Ebene ist mein Internet dann ab äh ist mein Hexe dann abgeschmiert hey ich mache 17 Schaden fast bleib mal hier Junge wo bist du überhaupt ganz oben ist da kein Tower Boss ne ich bin noch nicht ganz oben vor Alter das sind noch zwei Ebenen du kannst ja ok dann bleiben wir jetzt stehen und machen äh Ende weil wir es sind bei 29 Minuten oder so abgeben diese Folge nämlich einfach nur für ihn die Zeit ist in der Zeit verdrücken doch noch mal hier noch Decke zu der Armand also ich habe ich habe nur ein Kabelstern im Inventory ja ich hab sie schon fast auch die Kontrolle ich bin im Leben so heißt dann würde ich mal behaupten wir könnten jetzt mal die Schlussmache ne Jo also gute Nacht ja bis die Tage tschüss